ja servus leute in dem heutigen video will ich mal kurz und knapp meine erfahrungen mit dem nexen wingard sport 2 zum besten geben ich habe jetzt rund 1000 kilometer mit dem reifen zurück gelegt und das in so ziemlich allen bedingungen die man sich so vorstellen kann also matsch nässe trockenheit autobahn landstraße ich zeige euch gerade mal wie es aktuell aussieht wir hatten also jetzt im dezember 2017 schon reichlich schnee und so sieht es augenblicklich aus ich habe eine recht steile einfahrt ich werde hier rechts oben auch mal ein kleines video verlinken wo ich wo ihr auch mal sehen könnt wie viel schnee hier jetzt mittlerweile schon gefallen war und jetzt kommt wie gesagt ein kurzes fazit schon mal nach rund 1000 kilometer zu dem reifen zum thema trockenhaftung und abrollgeräusch und abrollkomfort muss ich wirklich sagen bin ich sehr positiv überrascht von dem reifen es ist ja eher ein reifen der kategorie billig marke aber abrollkomfort und auch geräuschkulisse sind absolut top ich habe vorher nokian gefahren ich mache hier unten in die beschreibung auch gleich noch mal die genaue bezeichnung mit dem habe ich rund 58.000 kilometer zurückgelegt war auch sehr zufrieden der nächste ist in meinen augen nicht schlechter was trockenheit angeht also abrollkomfort geräuschkulisse ist sogar noch etwas besser als beim nokian nach meinem gefühl also da gibt es absolut nichts zu meckern und auf der autobahn bin ich auch schon mal was flotter unterwegs von daher kann ich den reifen da absolut empfehlen dann was das thema nässehaftung angeht muss ich sagen bin ich auch sehr überrascht und auch positiv überrascht von dem reifen weil er dem nokian nicht nur nicht nach steht sondern er ist sogar ein ticken besser was nasshaftung angeht beim autobahnkreuz a7 a66 habe ich so eine stelle wo ich mit dem nokian schon immer mal untersteuern hatte also dass er über die vorderräder geschoben hat das habe ich bei ähnlichen geschwindigkeiten mit dem nächsten gar nicht von daher würde ich dem da sogar eine bessere note geben als dem nokian dann schneematsch und auch aquaplaning kann ich nicht meckern macht er das was ich von dem winterreifen erwarten würde ist absolut unauffällig also auch da in keinsten fall würde ich ihn da attestieren dass man das thema billig merkt auch schneematsch dann schnee hatten wir jetzt wirklich schon reichlich ich war eben gerade langlaufen oben auf der wasserkuppe da war dann auf dem parkplatz auch nicht ordentlich geräumt und ich habe mit dem reifen überhaupt keine probleme gehabt der grip ist wirklich absolut top auch schnee kann ich mich also auch nicht beklagen das einzige die einzigen bedingungen die ich bisher noch nicht hatte das war eis also glatteis da kann ich also jetzt zu den eigenschaften des reifens noch nicht sagen aber so wie er bisher sich in allen lagen verhalten hat erwarte ich da auch keine negativen überraschungen und deshalb komme ich jetzt auch zu meinem fazit nach 1000 kilometern ich kann den reifen absolut empfehlen ich habe jetzt hier in der 225 45 1800 dimension 340 euro ungefähr dafür bezahlt und da gibt es nichts zu motzen der reifen ist absolut top und ich würde ihn auf jeden fall jederzeit wieder kaufen und von daher kann ich euch den reifen mit gutem gewissen ohne einschränkungen empfehlen natürlich die langzeiterfahrung fehlt mir noch und auch wie der verschleiß aussieht wird sich natürlich erst im laufe der zeit zeigen da habe ich noch so ein bisschen bedenken trotzdem bleibt erstmal nach 1000 kilometer und absolut positives fazit ich bin positiv von dem reifen überrascht und habe den kauf auf gar keinen fall bereut das soll es für heute für das video gewesen sein wenn ihr noch anregungen oder tipps habt wie immer gerne unten in die kommentarfunktion ich versuche dann auch so schnell wie möglich zu antworten